hallo leute ich bin es mal wieder raddi ja ich bin mal wieder auf sendung weil ich ein aktuelles thema wieder habe und das oder davon wollte ich euch heute mal berichten im jahr 2021 wo wir ja alle mehr oder weniger im keller sitzen oder auf dem speicher hocken ja gut was haben wir denn heute wir haben ja wir haben ein eine anlage und im normalfall ist es so dass alles schön in ordnung ist oder spricht das ist vielleicht der wunsch von vielen und aber es ist eben nicht so und man hat immer wieder probleme und das wo ich heute von berichten will ist ein fall der letzte woche bei mir auf den tisch kam da hat mir ein modellbahn kollege hat mich angerufen hat hat mir gesagt dass er ein problem hat weil er ist am ändern er ändert seinen gleisplan er macht dies er macht das und auf einmal ist natürlich hat natürlich alles nicht mehr so funktioniert wie vorher und ja dann haben wir gesucht und erst mal nichts gefunden so das ist also heute das thema und ist das thema geht dann eigentlich wenn ich meine videos so betrachte geht es in die richtung von den meldungen das war das video fünf es geht in die richtung 16 mit markierungen dies und das es geht in die richtung video 23 ändern von blöcken und es geht auch noch mal in das video 6 36 rein blöcke richtig verschieben und heute heißt das thema also übergreifen dann also im prinzip alles meldungen und was damit zusammenhängt und wenn man was ändert wie man dann was finden kann also ich nenne es heute mal pins und mehr weil das trifft das thema nämlich wahrscheinlich ganz gut so ich mach mal den radi an der ist jetzt da ja wie ihr seht ist dieses mein meine anlage und ja aber es ging nicht um meine anlage es ging um eine andere anlage und die mache ich jetzt mal auf und ich sage einfach mal hier die andere anlage mal laden und ihr seht jetzt das wird was ganz anderes als ich das habe und da an der stelle muss ich mich jetzt für auch die unterstützung von dem kollegen mal danken denn er hat mir erlaubt dass ich dieses video zeigen oder machen darf mit seiner anlage mit seinen problemen und ich denke mal das hilft uns allen vielleicht ein bisschen weil mir hat es auch echt wieder geholfen weil es gab auch hier das ein oder andere was ich noch nicht so wusste so ja so geht es los hier erstmal ich gehe mal hier auf das stellwerk so sieht die anlage aus von dem kollegen und ja erst mal sieht das alles schön und gut aus und man kann halt hier sehen er hat das schön farblich gemacht in sag ich mal auch in ziemlichen kontrast grün schwarz und so weiter alles ist soweit erst mal gut so ich ziehe mal eben hier dieses die fenster mal ein bisschen runter und man sieht auch hier das meldungs fenster und wenn ich mal auf die meldung gehe oder ich mache die mal meldung mal weg und sagt mal hier dr railroad dann sieht man dass er schon einen ganzen wie soll ich sagen arschvoll meldungen hat 118 stück warnungen und so weiter die erstmal noch gar nicht mal so schlimm sind und auch sag ich jetzt mal naja da kann man mal drüber weggehen und kann dann gucken später mal was das ist ja aber jetzt kommt wenn man sich jetzt diesen diesen gleisplan ansieht dann sieht man hier oben in diesem bereich hier hier in diesem bereich hier oben und dann hier runter und so in diesem bereich da sieht man hier da hat er dann was geändert hat er hier eine doppelte kreuzungsweiche eingebaut und hier geht die dann hier runter am bahnhof nord vorbei und so weiter und so fort das sieht alles alles top aus und wenn man aber jetzt auf das stellwerk geht dann sieht man relativ schnell dass da was nicht stimmt nämlich hier so weil da fehlt nämlich diese kreuzungsweiche da fehlen auch hier anschlüsse und hier fehlt auch ein anschluss und hier unten fehlt auch ein anschluss also das gleisbild hier im block plan oder im im plan für die zugfahrten sagen wir es mal so da sieht da sieht der gleisplan ganz anders aus als hier so und warum ist das so weil er was geändert hat und weil er beim ändern ein sag ich mal sich probleme eingebaut hat findet jetzt train controller den weg nicht mehr und er sagt natürlich dann auch logischerweise hier unten da stimmt was nicht so wie kommt man jetzt aber weiter also ich persönlich bin dann erst mal nicht weitergekommen ich habe auch nichts gefunden woran es liegen könnte habe dann den mann freiwald eine e mail geschickt und der freiwald hat mir dann freundlich geantwortet und hat gesagt ja pass mal auf guckt doch mal bei meldungen in die pins nach oder bei den pins nach und die pins sind hier unten beziehungsweise die pins sind unter ansicht und da gibt es hier system pins da gibt es grüne und aktuelle sitzungs pins und da gibt es eigene pins und da gibt es doktorell rot pins also ich gehe mal hier auf das stellwerk fenster und ich gehe mal hier oben auf system pins und guck mal was da passiert dann wird erstmal alles schwarz passiert erstmal so gesehen jetzt nichts also keine pins da grüne sind auch nicht da so machen wir es wieder weg dann sage ich mal doktorell rot bild doktorell rot pins anzeigen und da sieht die welt schon anders aus so jetzt sieht man hier schon einige pins ja ich weiß auch dass es die gibt ich habe auch schon mal ein video darüber gesehen in englisch dass diese geschichte beschreibt ich habe aber selber eigentlich nie so richtig diesen pins irgendwie ein sag ich mal für mich wichtigen sind zugeordnet aber jetzt wenn der freiwald schon schreibt gehe und guck mal nach den pins dann wird es schon seinen grund haben so und jetzt habe ich mir natürlich rausgesucht und habe gesagt okay also die pins musste ja mal ein bisschen näher angucken und ich habe natürlich dann hier im prinzip hier oben da wo wo diese ecke ist da wo das das gleis dann fehlt da habe ich jetzt natürlich mal angefangen zu suchen und man sieht schon die pins sind auch unterschiedlich und 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 ich gehe noch mal hier drauf und ja das war zum beispiel zum einen war es dann hier diese geschichte und wenn man auch die pins drauf geht einfach so dann kommt man so kommt so ein pull up fenster und da steht da neueste und wichtigste meldung und so weiter kann man dann mal gucken ja das sind gelb ist also jetzt eine warnung so nach dem motto eine message dass das man hier die gleichen adressen hat okay ist auch nie gut aber die roten was haben denn die roten hier zu sagen das ist dann hier okay da geht es dann um die blöcke zum beispiel haltemarkierungen fehlen ja das sind auch so typische sachen weil man legt dann blöcke an und macht aber keine brems und haltemarkierungen da rein naja wie auch immer ich habe aber dann mal hier drauf geklickt doppelklick gemacht und siehe da da steht dann auf einmal da wurde keine haltemarkierung angegeben das ist das erste von zwei gucken wir noch mal nach der stellwerk belegen die die gleiche digitale adresse und so weiter und so fort so da kann man also so ein bisschen reingehen und kann sich da so ein bisschen hilfe suchen hier haben wir jetzt auf einmal sechs meldungen für block 7 wurde keine haltemarkierung angegeben da eine so und hier kommen wir nämlich jetzt zu einer meldung und um diese meldung geht es eigentlich heute ich klicke mal eben noch mal durch das ist jetzt die zweite von sechs dann haben wir hier wieder keine gleisverbindung ist unterbrochen stellwerk gleiche adresse und nochmal und eine im block plan ist keine verbindung so also es geht aber jetzt im prinzip um diese zweite meldung hier so eine der von block 7 ausgehenden gleisverbindungen im stellwerk ist hinter einer geraden oder hinter gerade im stellwerk 3049 unterbrochen so was heißt das jetzt das ist nämlich die entscheidende meldung und ich kann das dann auch hier so ein bisschen mal hier rüber ziehen so und ich ziehe das jetzt einfach mal hier die meldung hier ein bisschen rüber so was heißt das jetzt das heißt bei dem block 7 da ist es ja so dass ich hier unten zum beispiel da fehlt mir jetzt ein eine verbindung die kann man hier sehen dass sie hier nicht da ist aber hier ist sie da so er sagt mir jetzt pass mal auf es fehlt ein stück gerade oder hinter einer hinter dem punkt 3049 was ist jetzt 3049 dazu muss man wissen dass alle stellwerke die hier angelegt werden haben eine nummer und zwar geht das hier oben bei 1 los also da wenn ich da oben drauf klicke dann ist das und das kann man hier unten sehen hier unten sieht man jetzt 11 das heißt das ist dann xy sozusagen die positionierung und wenn ich jetzt zum beispiel mal hier oben hin klicke da da oben hin das sieht man jetzt nicht so gut dann ist es immer noch die erste zeile aber die 35 spalte und ja und da ist irgendwas nicht in ordnung so das erste was ich gemacht habe jetzt ich habe so schön wie es ja ist mit dem schwarzen hintergrund aber den habe ich jetzt erst mal eliminiert und ich bin hier auf 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 design gegangen hier auf diese geschichte und habe dann gesagt okay wir stellen das mal ein bisschen um und zwar hier unter allgemeine farb darstellung da wo man die ganzen farben ändern kann da gehe ich mal auf das standard format weil dann ist es weiß mit diesen kästchen und das sind ja im endeffekt meine xy kästchen wenn man so will und ich habe dann gesagt okay ändert das mal dann haben wir diese darstellung da kann ich jetzt zum beispiel schon sehen denn die punkte zum beispiel xy wenn ich hier reingehe so dann ist es da wo es jetzt markiert ist ist es das kästchen 15 strich 54 das heißt also von oben nach unten gezählt ist es 1 2 3 4 5 15 und von links nach rechts gezählt ist es die 54 wenn man das hier mal durch zählt dann ist es die 54 jetzt spricht aber diese meldung hier von dem stellwerk 30 also 15 wäre das 30 muss ungefähr das doppelte sein also in dem fall ist es hier wenn ich jetzt mal hier drauf klicke so dann bin ich hier auf dem auf dem kästchen 30 aber noch nicht in der position 39 und ich muss ja noch wohin wo muss ich in 49 also 39 39 ist dann 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 das heißt hier bei 49 da wo jetzt hier die 7 steht da und da sagt der text hinter der geraden hinter 30 49 ist eine unterbrechung das heißt entweder links oder rechts ist die unterbrechung so das bedeutet jetzt im klartext ich kann mir das jetzt mal angucken und ich kann mir hier zum beispiel mal dieses textfeld das ist ein textfeld einfach mal hier runter ziehen und ziehe das mal weg so dann sehe ich dabei immer noch eine schiene da ist noch schiene 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 dann nehme ich mal das nächste kästchen dieses hier zieht es auch mal weg und dann sehe ich da ist keine schiene mehr zur sicherheit gucke ich hier nochmal nach da ist wieder eine schiene also das bedeutet dass hier die schiene fehlt warum weil der liebe kollege sich hier ein button drauf gesetzt hat wie auch immer den hat er mal wieder gelöscht und hat dann wieder neu drauf gesetzt und er hat einfach nicht gesehen dass er hier mit dem löschen eine schiene weg nimmt so das heißt also das war auch das thema von von blöcke richtig verschieben und so weiter ist das video 36 wo ich gesagt habe man darf nicht irgendwo hier drauf gehen so und wenn ich jetzt hier lösche dann ist natürlich auch an dieser stelle mein gleis weg wie man sieht das heißt das was ich markiere und ich lösche dann ist das gleis weg geht also nicht jetzt mache ich den zaubertrick mit diesem strg oder string oder control und sage z dabei und dann kommt alles wieder zurück so aber hier kommt eben nichts wieder zurück weil es eben nicht da ist also muss ich hier diese schiene mehr oder weniger logischerweise ergänzen das heißt ich setze jetzt hier eine schiene rein so und dann ist es eigentlich wieder da an dieser stelle gut und dann kann ich das da wieder drauf setzen dann setze ich diesen hier wieder da drauf weil da ist die schiene jetzt wieder da und kann auch den text da wieder hinsetzen gut so wenn ich jetzt dann hier das fenster zu mache ich speichere das ab logischerweise muss man das abspeichern dann und ich mache diesen hier wieder auf mit dem doppelklick dann habe ich wieder die gleiche meldung ja das ist natürlich jetzt wieder der schöne foto ja ich weiß woran es liegt okay das kommt daher weil ich den hier unten angeklickt habe das heißt ich muss das einmal weg klicken auch wieder so ich muss von mir aus hier die meldungen löschen und ich kann dann hier wieder anklicken und jetzt werden wieder die pins angezeigt und jetzt müsste dieser pin anders sein so und jetzt sieht man hier bei dem pin dieser pin hat jetzt nur noch fünf meldungen nämlich es wurde keine alte markierung angegeben gut das wissen wir jetzt ich habe doppelte belegungen ja wissen wir auch der nachbar können nicht durchfahren werden ja gut das ist jetzt noch wieder eine andere geschichte es fehlt eine gleis verbindung so und hier ist jetzt wieder hier fehlt noch eine gleis verbindung und zwar im stellwerk 07 65 ist das gleis wieder unterbrochen jetzt schauen wir mal wo 07 ist das muss weiter hier oben sein so gucken wir mal dass die 08 schon gut getroffen so und 43 und das ist aber 65 also ist das jetzt hier na 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 da muss das hier auf dieser ebene irgendwo sein was haben wir da da haben wir 772 also gehen wir mal zurück 72 ist dann 71 70 69 69 68 67 67 65 65 da an dieser stelle dort neben diesem button müsste also was fehlen gut schauen wir mal nach wir nehmen mal hier den den block mal runter da ist ein signal das nehmen auch mal runter und schaue siehe da da ist wieder ein eine geschichte die nicht stimmt und wir nehmen das mal runter so und wir nehmen mal die und siehe da hier genau an dieser stelle fehlt wieder ein gleis also jawohl dann nehmen wir jetzt wieder ein gleis und komm so ein gleis gerade und setzen das hier wieder ein haben wir das also auch gepflegt dann kann ich wieder meinen block nehmen schiebt ihm wieder dahin und ich kann das signal wieder nehmen und schiebt das da wieder hin und ich kann den taster wieder nehmen und da müsste die meldung dann auch schon wieder weg sein so abspeichern das ganze ja dann hätte und haben rausgenommen aber jetzt keine meldung da mehr an der stelle so und ich kann ja auch mal gucken wie sieht denn mein stellwerk jetzt mittlerweile aus dann gehen wir mal da drauf und siehe da jetzt wird auch auf einmal hier diese kreuzungsweiche angezeigt und ich habe eine verbindung dahin ich habe eine verbindung dahin meine verbindung 7 hier unten ist schon mal da das sieht schon mal alles ganz gut aus jetzt fehlt hier allerdings noch was und dann müssen wir dann noch da noch mal gucken ok also machen wir die pins mal wieder an jetzt haben wir also da oben nichts mehr jetzt haben wir das da gehabt der block 7 müsste jetzt noch weniger haben der hat jetzt nur noch vier meldungen die kennen wir aber schon die können wir auch schon die können wir auch schon die tut jetzt so nichts zur sache also ist von seiten block 7 jetzt erstmal alles in ordnung jetzt schauen wir mal hier oben in den rhein weil denen scheint es ja auch irgendwie zu treffen der sagt jetzt allerdings noch nichts hoppsa der sagt jetzt noch nichts dann gibt es hier noch eine weiche so und die weiche sagt jetzt hier ist jetzt wieder was unterbrochen nämlich in 11 76 11 wäre dann also weiche ist ja dann hier dann kriege ich mal da rein das ist die 11 hier unten und die 76 wo sind wir da jetzt im moment wir sind bei 69 70 71 72 73 74 75 76 ja genau also in hinter 76 ist was unterbrochen also muss ich da mal hin machen wir die pins mal wieder weg so und jetzt habe ich jetzt sie sehe ich schon hier ist ein blog der ist auf die ecke gesetzt den kann man natürlich so jetzt nicht machen weil das geht ja nicht schräge oder blöcke kann man nicht auf schräge gleise setzen also mache ich jetzt mal was anders ich nehme das gleis hier raus siehe das mal dahin ich setze die weiche mal einfach etwas höher ich setze das gleis da wieder rein so und ich setze den knick hier oben hin und brauche jetzt natürlich wieder ein neues gleis und mache das dahin so und jetzt kann ich auch mein blog da drauf setzen und jetzt sollte das eigentlich auch schon wieder okay sein so gehen wir wieder auf speichern gehen wir wieder auf löschen gehen wir wieder auf pins und jetzt gucken wir uns mal hier also also wir können jetzt mal gucken ob was das stellwerk wieder macht und siehe da ich habe jetzt meine weichen verbindung hier also sieht schon mal wieder so aus wie es sein soll also das ist doch schon mal ganz gut so jetzt kann ich mir den pin noch mal doppelt klicken und ich habe jetzt nur noch zwei meldungen keine haltemarkierung ja das wissen wir und gleiche kontakt gut müssen wir halt noch was tun aber das gleis bild steht erstmal wieder und jetzt habe ich noch was anderes gesehen da oben hat man schon repariert hier haben wir auch repariert naja da war jetzt noch was das kann man vielleicht schlecht sehen aber so gerade kann man sehen hier gibt es auch noch einen fehler an dieser stelle hat jetzt auch nichts direkt was mit pins zu tun aber das habe ich jetzt so gesehen das heißt hier sitzt ein ein taster oder oder einen eine für wie heißt es hier für 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 weichen straßen sitzt da drauf und und dieser sitzt halt jetzt verkehrt weil wenn ich den jetzt mal hoch schiebe so dann sehe ich dass die dass die straße oder das gleis bild in die falsche richtung geht das heißt das muss ich drehen kontrol r und drehe das ganze dann jetzt und habe dann auch meine straßen wieder da und kann den dann auch wieder darauf ziehen nächstes problem gelöst abspeichern abspeichern dann müsste es jetzt soweit gehen und wir schauen mal was er jetzt macht so ich habe auch da jetzt meine verbindung da ist nichts da ist auch nichts hier sind die verbindungen da sind die verbindungen das heißt ich müsste also jetzt was tun können was haben wir da noch für eine block halte markierung angegeben ja bis man das kann man jetzt erstmal lassen das ist auch okay für den ersten moment hier unten ist nur ein das ist wahrscheinlich das gleiche dann ja die die lok wurde noch nicht eingemessen es sind also ganz hilfreiche meldungen die man da bekommt so wieder keine halte markierung ja das muss man natürlich dann alles machen aber das wesentliche problem haben wir jetzt gelöst und ja das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus und was haben wir hier noch da will ich noch mal eben drauf gehen da sind noch ein paar und haben wir da jetzt eins zu eins ja weiß ich gehen wir mal dahin weil ich suche jetzt noch eine sache das ist auch und hier noch ein eins zu drei oder erste von drei so ist auch okay soweit so ja sonst wüsste ich jetzt im moment hier nichts an dieser stelle ja bedeutet so kann man fehler finden bedeutet ich kann also hier drauf gehen und kann mir die pins anzeigen lassen oder system pins die halt irgendwie gezeigt werden wo jetzt aber keine da sind also ist alles gut also ich kann das sehen ein weiterer tipp den ich jetzt noch hätte hier an dieser stelle also das kann man in dem fall wirklich gut benutzen um fehler zu suchen weil man wird ja dann mehr oder weniger darauf hingewiesen dass da irgendwas nicht stimmt eine andere geschichte ist jetzt wenn ich jetzt zum beispiel hier meine meldungen habe so sagen wir mal die 109 warnungen dann habe ich auch jetzt bisher noch nicht gewusst oder ich habe auch einfach nicht hingeguckt dann habe ich hier zum beispiel noch die möglichkeit ich kann diese meldungen alle kopieren so in den zwischenspeicher laden das habe ich jetzt gemacht und ich kann sie dann zum beispiel in wort oder so ich mache mal wort auf da kann ich sie dann einfach hier in ein leeres wort dokument einfügen kontrol v und ich habe alle meine meldungen aus dem meldungs fenster hier schön eingefügt in eine wort liste oder ich kann das ganze auch je nachdem wem es so oder anders lieber ist genauso gut in eine excel liste einfügen und sage leere excel liste und sage fügt mal ein hier was weiß ich da mache ich das immerhin so und dann habe ich meine weichen straßen meine weichen straßen schon meine meldungen und ich kann mir die auch sortieren dann und so weiter ich sehe hier ich habe halt das ganze kann ich absprechen das ganze kann ich drucken und ich sehe halt wo meine probleme noch liegen ja jede menge halte markierung vergessen vielleicht thema dazu jeder sollte wissen oder man sollte wissen dass wenn ich einen oder fangen wir andersrum an train controller basiert ja er braucht ja blöcke um von einem block zum anderen zu fahren und die blöcke wiederum brauchen egal ob man da halten will oder nicht sie brauchen brems und halte markierung weil sonst hält der zug immer sofort an der ersten kante also sprich am block anfang und das ist natürlich dann ein fehler also ich sag mal es müssen immer brems und halte markierung angegeben werden oder zumindest eine so dass es dann sauber funktioniert und diese fehler kann man sich natürlich dann schnell mal raus machen der rest ist dann hier decoder signaltechnik hier weichen ja hier auch zum beispiel das ist eine typische sache da wird dann gesagt ja wir fahren nur in eine richtung und dann blockt man sich aus und hier steht zum beispiel der block 4 und sein nachbar block können nur in entgegengesetzte richtung durchfahren werden so das ist natürlich quatsch das bringt ja nichts also muss kann man das auch wieder rausfinden ja finde ich eine ganz tolle sache also in dem fall muss ich sagen der hinweis von dem freiwald der war super gut gefällt mir außerordentlich und das zeigt mal wieder dass das meldungsfeld fenster einen einen sehr hohen stellenwert hat das heißt ich kann mir das alles was haben wir denn hier also ich kann die eigenschaften ändern da 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 ja das kann man auch noch machen okay gut habe ich ganz vergessen wenn ich hier drauf gehe zum beispiel und ich nehme jetzt einen pin schießt mich tot irgendwo hier den den oder ich nehme den hier da wo jetzt wo wir mal eben waren ich mache einen doppelklick drauf ich habe wieder mein fenster was ich mir hier irgendwo hin holen kann kann man das vielleicht so und dann gibt es hier noch das eigenschaften also ich kann hier durchklicken von der ersten meldung zur zweiten und jetzt bin ich auf der meldung hier keine haltemarkierung angegeben also fehlt da was also kann ich hier auf das eigenschaften fenster gehen da und dann ist hier die möglichkeit ein doppelklick drauf zu machen und dann bin ich gleich in dem eigenschaften fenster von diesem block 37 der da oben um den es da geht und ich kann dann hier entsprechend mein text eingeben ich kann auf den blog editor gehen und ich sehe ja da ist ja auch noch nichts ne da ist wie gesagt ein rückmelder drin den kann man jetzt größer machen und aber ich habe keinen halter kein bremsmarkiere also dann sage ich mal wo fahren wir her wir fahren wahrscheinlich hier rechts rum in dem fall also sage ich einfach mal eine bremsmarkierung und ich sage noch eine halte markierung so zack und die setze ich hier auf sagen wir mal wie lange ist er überhaupt der blog der hat null na gut dann sage ich mal der ist vielleicht so kleines stückchen 10 20 cm so und dann machen wir halt hier nicht so ein großes spiel dann machen wir halt hier eins rein und da machen wir 19 cm hin als beispiel die rampe so oder von mir ist auch nur 15 14 machen wir 14 dahin so dann kann er bremsen sofern er das dann tut und hier mache ich dann in dem fall eben 15 hin so ob das jetzt stimmt weiß ich nicht ist auch jetzt egal so das heißt ich habe aber jetzt einen halte einen haltemärker und einen bremsmerker drin und sage okay und habe den gleich an dieser stelle geändert und wenn ich hier raus gehe und ich gehe hier raus und ich habe gespeichert dann ist diese meldung schon wieder weg wenn ich jetzt hier drauf gehe und ich habe das auch gleich erledigt so jetzt geht es jetzt ist es hier zum beispiel schon nicht mehr rot sondern nur noch gelb und das heißt ich habe eine meldung eine ist weg und ich habe jetzt nur noch eine doppelbelegung die kommt jetzt in dem fall durch den rückmelder wo man dann eben halt gucken muss warum habe ich da eine doppelmeldung ja das war es für heute wieder also ich kann auch nur sagen wenn ich mir so angucke wie viele leute sich welche videos von mir angucken es geht immer wieder um die um die blöcke es geht immer wieder um die markierungen und das arbeiten mit den blöcken und in dem fall kann ich nur sagen das ist jetzt hier so ein gemeinschaftsvideo sage ich jetzt mal für die meldungen meldungen sind sehr wichtig vor allen dingen kann ich mir viel arbeit dadurch ersparen wenn ich gleich versuche im prinzip von vornherein auf diese meldungen zu reagieren ich kann diese meldungen ausdrucken ich kann sie mir über die pins wieder geben lassen oder mir da Informationen geben lassen ach so was ich auch noch machen kann ich kann meine eigenen pins erzeugen das ist hier oben wenn man hier auf an sich geht da wo die pins jetzt sind da kann ich einen eigenen pin erzeugen ich gehe dann drauf zum beispiel auf den block 12 und sage mach mal einen eigenen pin und sage hallo hier muss ich noch nacharbeiten oder was weiß ich hallo hier fehlt noch was hier fehlt noch was so ja und dann habe ich hier einen eigenen pin und ich weiß gar nicht kann ich den ja ich müsste ja nicht zu machen können dann müsste er gut sein und ich habe jetzt hier einen eigenen pin genau und wenn ich sage will ich nicht dann nimmt er den weg und wenn ich sage eigene pins zeigen dann ist er wieder da also weiß ich ich habe hier noch ein merker für mich an der pin wand und den muss ich abarbeiten und da steht dann hallo hier fehlt noch was also mach mal komm mal in die gänge na also so den pin bearbeiten den pin löschen dann gehen wir da drauf und sagen den pin löschen und dann ist er wieder weg gut das war es im neuen jahr mit meldungen und oder meldungen an der pin wand wenn man so will mit pins mit den verschiedenen pins achtet drauf damit kann man sehr schön auch fehler finden vielleicht noch ein tipp diese positions markierungen da wie zum beispiel jetzt hier da wo ich jetzt hier stehe diese hier das ist ja jetzt die position 12 und 58 das sieht man hier unten ähm man kann sich natürlich das habe ich bei mir gemacht moment ich kann es auch mal eben nochmal zeigen ich gehe jetzt nochmal eben bei mir drauf gespeichert habe ich ja schon alles ja genau ich gehe jetzt einfach nochmal bei mir auf meine anlage ich habe es bei mir so gemacht weil das war mir immer lästig da zu gucken jetzt kommen wir da mal wieder hin mach schon die ganzen fenster hier auf und zu das ist ja mittlerweile ein theater so ich habe mir bei meiner anlage hier zum beispiel diese nummern leiste gemacht ich weiß gar nicht ob man die jetzt kopieren kann könnte man mal probieren und dann kann ich nämlich sehen wenn da so eine meldung kommt ich meine hier unten ist sie angezeigt aber ich kann jetzt zum beispiel sagen zum beispiel 10 als beispiel ist ungefähr hier auf der höhe 65 ist ungefähr da auf der höhe und dann habe ich dann hier so eine position und die wird natürlich logischerweise hier unten wieder angezeigt irgendwo wenn ich sie denn hier angeklickt hätte die leiste ja habe ich aber jetzt nicht da müsste ich die auch mal einblenden so dann sehe ich das dass der hier zum beispiel die position 11 65 hat und man sieht es auch hier oben der ist auf 65 so und man wenn man dann hier rüber geht dann sieht man da 11 das stimmt also ich sage jetzt mal diese zahlen leiste wenn ich die leiste jetzt markiere so und ich sage jetzt control c ok und ich gehe jetzt mal auf das andere gleis bild schauen wir mal das geht sollte hier gehen so dann könnte man das nämlich na komm schon so wenn ich jetzt hier oben rein gehe da auf die ecke und sage einfügen mal schauen dann habe ich zum beispiel meine zahlen leiste da wie ihr seht also kann ich das wunderschön machen ja gut und somit habe ich jetzt die zahlen leiste da und gehe nochmal wieder zurück und gehe hier auf den ne falsch falscher film muss nicht auf den gehen den haben wir jetzt zweimal aufgemacht glaube ich das passiert wenn man das ok also können wir es hier auch mal eben einfügen weil wir jetzt gerade hier drin sind müsste das auch gehen control v so ist da drin dann gehen wir jetzt aber trotzdem noch mal eben auf meinen ja wollen wir ändern ja ja wissen wir ja alles jetzt habe ich mich da mal wieder etwas verpflanzt wie man so schön sagt ja und jetzt nehme ich dieses fenster hier nicht dann kommt schon markieren das ist dann immer ein bisschen fummelig ja und das ist jetzt bis 50 control c und gehe dann wieder hier auf den drauf und sage das war aber jetzt der hier da wollte ich jetzt sind ja ja dann bin ich jetzt hier und ich sage jetzt einfach da oben will ich hin habe ich dann praktisch zweimal die 1 übereinander aber ist ja jetzt erstmal egal und habe dann auch hier meine liste also ich es sieht vielleicht nicht sonderlich schön aus aber wie gesagt es hilft bei der positions erkennung der elemente die dann vielleicht fehlen ja und deswegen wunderschön ich würde sagen heute machen wir mal wieder schluss damit denkt an eure meldungen denkt an die pins es ist eine hilfreiche sache und es hat uns dem robert und mir jetzt auch wieder ein ganzes stück weiter geholfen der robert ist jetzt dabei seine melder also spricht die brems und und halte melder einzurichten und dann wird das schon also immer daran denken beim entfernen also wenn ich irgendwas anklicke und ich entferne irgendwo was zum beispiel das ich entferne irgendwo was dann entferne ich auch ein stück gleis und das ist dann das gefährliche an der stelle an der stelle mit control z kommt man immer wieder zurück z wie zurück euer radi sagt für heute tschüss und bis zum nächsten mal tschau bleibt gesund geht in den keller oder auf den speicher ihr wisst schon es dauert noch ein bisschen bis dafür wieder frische luft schnappen können also bis dann tschau bis dann 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 bis dann